Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Sims 4 Rex to Riches. Ich bin super bereit, ich bin super happy und wir haben irgendeinen Tag der heiße Reden wie ein Pirat-Tag. Okay, von mir aus, wie auch immer, oh Gott, uns geht's richtig scheiße, da müssen wir erstmal Locust benutzen. Oh Gott, jetzt geht's ja aber los, meine Freunde. Reden wie ein Pirat-Grrrr. Es wird Zeit, dein Freibeuter-Slang zu üben. Fühle dich ermutigt, heute wie ein stolzer Pirat zu sprechen. Ich fühle mich ja gar nicht ermutigt, meine Freunde. Wir könnten uns, wir könnten doch vermehrt träumen. Eine lange, was ist denn das? Können wir heute nur so Piraten sagen? Oh, ein Schmaus, was ist denn das für ein Tag? Oh mein Gott, wie crazy. Ähm, ja, wir stinken extrem. Das sollten wir vielleicht mal vermehrt träumen. Das sollten wir vielleicht mal machen und uns duschen, denn so könnten wir definitiv heute nicht mehr rausgehen. Am Tag wie ein Pirat reden. Okay, das werden wir sehr schnell erfüllt haben, denn den Schmaus gönnen wir uns dann einfach mal. Da können wir nochmal hier ein bisschen schnell nach Herbstdeko wühlen. Und dann gönnen wir uns einen kleinen Snack. Und zwar, eine Pizza? Ähm, nein, guck mal, die Spaghetti, die sind fast, die sind fast weg. Also ich meine, es ist nicht so geil, so Spaghetti zum Frühstück zu snacken. Aber yo, die Scarlet, die kann von mir aus alles snacken und ich würde es immer supporten, weil die Scarlet, die ist einfach eine Süße. Die Scarlet, die ist einfach die Süßeste hier von allen. Okay, was haben wir heute vor? Was haben ihr vor allem heute vor, meine Freunde? Möchtet ihr, das muss ich auf jeden Fall noch am Anfang sagen, Möchtet ihr, dass wir um 16 Uhr die Scarlet nochmal nackt erleben? Was? Äh, dass wir nochmal die Scarlet erleben, wie sie abgeht. Wer weiß, ob wir da schon vielleicht in den Schauspielertag starten können. Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Video positiv bewerten könntet. Und, ähm, mir unbedingt in die Kommentare schreibt, dass ihr Bock auf den zweiten Part habt. Heute am Sonntag, am 1. Advent, komm, es wäre doch schön, wenn hier heute zwei Folgen kommen würden. Also, ihr habt es in der Hand, ihr bestimmt es. Liked einfach das Video und, ähm, kommentiert, dass ihr Bock auf die zweite Folge habt. Und dann kommt sie um 16 Uhr. Also, es liegt in eurer Hand, Leute. Liked das Video und kommentiert es für die Scarlet. So, damit sie sich nochmal für euch wäscht. Okay, so, wir haben 2800... Okay, also, wenn wir nicht rich sind, meine Freunde, dann weiß ich auch nicht. Also, ja, mehr oder weniger rich, denn so viel Geld ist das, glaube ich, gar nicht in die Sims-Wir, weil, guckt euch bitte an, wo wir wohnen. Also, ich meine, wir wohnen hier schön. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben eine durchsichtige Tür. Wir haben ein Bettchen. Wir haben ein Mikrofon zum Üben. Haben wir eigentlich irgendwas schon? Hier, guck mal, wir haben die Schauspielfähigkeit schon in der letzten Folge geübt mit unserer guten, äh, mit unserer guten Valentine. Ich hoffe, die hat einfach... Es ist Samstag, ich hoffe nicht, dass sie heute arbeitet. Dann würde ich mit ihr nämlich so zum Boulevard gehen und mit ihr da ein bisschen was vorspielen, weil das konnten sie ja schon sehr, sehr gut in der letzten Folge. Puh, das wurde wieder mal hot, Leute. Also, bald muss ich ja echt die Videos ab 18 schalten, wenn die beiden hier so weitermachen, denn dann ist ja schon zu viel Action, muss ich mal behaupten, ne? Ich spüre jetzt einfach mal vor. Die duschen ja immer so lange hier, ach. So. Yay! Ach, nicht, ich dachte, wir haben es schon abfüllt. Yay, Leute. Gay Beauty Review geht schief. Fail. Der perfekte Promi-Look hat uns auch noch ein bisschen Cash gebracht. Das finde ich toll. Hauptsache, wir werden hier YouTube-Influencer und kriegen die ganze Zeit Cash. Wir haben doch auch... Ach, wir müssen noch rüber... Haben wir jetzt Kürbisse ausgegraben? Das ist schön. Ich weiß nicht, wie diese Kürbisse da reingepasst haben, denn die sind relativ groß. So, wir haben das hier. 100 Simoleons. Wir haben das hier. Kürbis-Trio? Wo ist es denn jetzt? Ah, es war kurz weg. Auch nochmal 100 Simoleons. Und wir haben diesen Hahn für 400. Oh mein Gott. Leute, wer ist hier rich? Ich. So, wir werden nochmal ganz kurz ans Handy gehen und im Internet surfen. Und dann ein paar Spaghetti essen. Du hast einen neuen Follower. Vielen Dank. Und dann werden wir nochmal rüber gehen zu denen und das Video hochladen und schneiden. Ach, nee, haben wir das nicht hier so? Nee, haben wir nicht. Wo ist es denn? Ist das auf dem PC drauf? Ich hoffe es. Und dann werden wir in den Park gehen und uns versuchen, einen zweiten Stern zu ergattern. Aber vorher müssen wir was essen, denn Essen ist wichtig, meine Freunde. Frühstück ist das halbe Leben, wurde mir mal gesagt. Und ich so, Pizza ist auch das halbe Leben. Pizza ist die andere Hälfte vom Leben. Ach, Scarlet, ich möchte jetzt endlich, dass du mal deinen zweiten Stern erreichst. Denn es ist echt bald so weit. Also, wenn die Scarlet jetzt nicht langsam mal es schafft, hier die zwei zu bekommen, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich hier echt nicht. Aber spätestens nach ihrem Schauspieljob sollte sie es haben. Ich will es aber heute unbedingt haben. Ich möchte heute, dass sie unbedingt aufsteigt. Reicht dann mit dem Essen. Wir sprinten mal rüber zu unseren Nachbarn. Da steht immer noch, es wäre angeblich keiner zu Hause. Leute, ihr verarscht mich hier. Wenn ihr mich nochmal verarscht, ne? Dann gibt es eine fette Anzeige. Und dann gibt es hier Stress, nämlich Pablo. Oh mein Gott, was bin ich? Er so direkt, was? Was hast du da gesagt? Sorry, Miguel. Ähm... So, okay, dann hi. Hey, hier ist eure Lieblings-Scarlet. Oder so ähnlich. Eure einzige Scarlet. Aber hey, ich kann ja mit euch hier ein bisschen wie ein Pirat sprechen. So... Arr. Oder so ähnlich. Wie machen denn Piraten? Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Valentine Rosewood angefreundet. Hallo, ich bin fast über die drüber gerutscht. Also... Entschuldigung. Ich... Oh, guck mal, wir können hier... Was können wir mit ihr sprechen, so piratmäßig? Seemannsgeschichte. Prächtiges Gewandloben. Ja, komm. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann gehen wir hier rüber und gucken uns den Videobestand an. Da ist nämlich hier unser peinlicher Vlog. Vlog. Unser peinlicher Vlog. Und... Ähm... Wir könnten das Ganze noch bearbeiten. Und dann... Ach, guck hier, die beiden süß sind sie. Hat sie jetzt nicht wie... Hat sie jetzt nicht ihr Gewand gelobt? Scarlet, ich dachte, du lobst jetzt ihr Gewand. Na, egal. Wir kümmern uns erstmal um unsere zweite Karriere hier als Influencer. Und... Ich denke, wenn wir nicht Fame werden, Leute. Also, wenn wir nicht bald ein Superstar sind. Ich weiß nicht, was können wir denn dann als Stufe 2 machen? Das werden wir... Ich hoffe, das werden wir erfahren. Hat sie einen Stammbaum? Nein, natürlich nicht. Die Scarlet hat keine Eltern. Die ist einfach so vom Himmel gefallen. Weil die Scarlet so ein Engel ist. Okay. Wir schneiden mal das Video. Ich spule das einfach mal wieder vor. Weil das einfach... Ohne Scheiße, das dauert wirklich... Für meine Verhältnisse dauert das viel zu lange in The Sims 4. Und deshalb will ich einfach vorspulen. Denn ich möchte nicht einfach zugucken, wie die Scarlet die ganze Zeit hier irgendwelche Clips hin und her verschiebt und irgendwas macht. Ich will einfach mit der guten Valentine hier weg und mehr Fame-Punkte verdienen. Und ich möchte auch, dass die Valentine Fame wird. Denn wenn sie unsere Freundin ist, dann muss sie auch ein ausdrucksreicher Influencer werden. Ne? Also, sie könnte ja so... Kann man auch singen hier? Video wurde erfolgreich bearbeitet. Yay! Wie ist es jetzt? Mittelmäßig. Das ist doch schon mal... Katja Krasavice nackt gesehen. Ja, das ist ein tolles Video. Der Videoname ist sehr gut, würde ich mal behaupten. Und wo ist... Wo ist die Gute? Da ist die Gute. So, wir... Yay! Du wirst... Wurde hochgeladen. Leute... Juhu, das sind Serie am Stinken. So, was können wir hier machen? Wir könnten Updates posten und auf Kommentare antworten. Oh, Leute, vielleicht kriegen wir auch so schon den Ruhm, Leute. Das muss doch jetzt langsam mal so weit sein. Und dann würde ich gerne die Scarlett fragen... Nicht die Scarlett fragen. Die Valentine fragen, ob sie mit mir... Prächtiges Gewand. Äh, ob sie... Ja, um eine Verabredung bitten. Yes! Ich will sie um eine Verabredung. Wir haben 150... Leute, wir haben über 1000 Follower! Oh mein Gott, wir sind einfach... Wir sind einfach Beauty-Influencer. Und die Scarlett, die ist einfach alles. Die ist Schauspielerin, die ist Influencerin, die ist Modetippsberaterin, die ist Vloggerin. Also, wenn die Scarlett kein Allround-Talent ist, ne, dann weiß ich das tatsächlich auch nicht. Was ist das für ein warmer Herbsttag? Oh mein Gott, wie geil! Die Sonne scheint, es ist extrem warm. So wie der Herbst in Deutschland. Also, zumindest dieses Jahr war es ja teilweise im Herbst noch sehr, sehr warm. Ich liebe es. Ich hasse ja Kälte. Ich hasse Schnee. Ich hasse Winter. Ähm, weil ich jetzt einfach... Nicht mag so fett angezogen sein. Ich laufe lieber im T-Shirt draußen rum und genieße die Sonne. Und es ist einfach alles viel schöner. So. Okay, ich möchte ein Date mit dir, Scarlett. Jetzt sag endlich, ja, ich will. Ist das ein Ja? Ja! Okay, sie hat Bock auf ein Date. Wir gehen einfach mal in den Ward Park. Denn da können wir immer hin. Denn da ist die gute Fame-Tuss. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Die Ward-Frau, die den Park benannt hat. Irgendwann dann heißt der... Wie heißt Scarlett nochmal? Turner mit Nachnamen, ne? Irgendwann heißt der Park Turner Park. Weil dann ist die Scarlett hier der Weltstar. Und dann geht es auf jeden Fall ab. Oh mein Gott. Sie hat einen... Sie haben ihren Sommer-Look an. Yes! Oh. Sie so, ich bringe jetzt erstmal den Müll weg. Okay. Ja, von mir aus. Wir machen einfach mal ein Kompliment über die Kleidung. Und versuchen die dann gleich abzuschlabbern. Wir gehen einfach auf den Walk of Sims fame. Und versuchen da ein bisschen Fame zu ergattern. Hier ist halt niemand. Wieso ist denn hier jetzt niemand? Hier sind doch sonst immer so tausende Leute. Sind hier Leute? Nein. Hier chillt auch niemand. Okay. Trash. Ihr seid doch alle Trash. Das ist doch kacke hier. Ich möchte... Warum liegen hier eigentlich so Blätter auf dem Boden, wenn hier so Palmen stehen? Sie ist ein Star. Sie ist ein Megastar. Okay, wow. Von hinten sieht sie auch schon von vorne nicht. Von vorne würde ich sie gar nicht erst angucken. Ähm. Ist hier jemand, den wir... Nein, natürlich nicht. Wir... Ich möchte hier trotzdem zusammen mit dir hier hingehen. Auf den... Können wir das? Ja. Zusammen hier hingehen. Und da möchte ich jetzt einfach mal gleich eine Szene aufführen. Und dann mache ich mal schnell noch so Simstagram Story. Und dann werden wir... Ach, hier guck hier. Die hochnäsige Tuss, Alter. Kann sich mal verpissen. Wer sie... Sie ist Muppen. Okay, sie sieht doch schon aus wie so ein Gartenzwerg. Ähm. Guck mal, hier sind ja schon ein paar mehr Leute. Das ist schon mal gut. Die Valentine, die ist richtig am Vorspringen. Die so... Ich bin bereit für eine weitere romantische Szene. Szene, Szene vor allem. Szene. Und ich bin auch bereit, mit ihr die zu machen. So. Wie machen wir das? Romantische Szene für Trinkgeld aufführen. Yay. Okay, dann posten wir erstmal was in unsere Simstagram. Hallo. Geh doch nicht weg, Skar. Nicht... Wie heißt du denn nochmal? Valentine. Geh doch... Wieso geht sie denn weg? Da ist die Wardfrau, oder? Ja. Judith. Judith Ward hieß sie. Okay. Okay. Zwölf Follower sind echt wenig, wenn ich überlege, wie viel wir mit einem Video immer bekommen. Aber naja. Okay. Hi Lolli 0222. Du folgst mir jetzt. Jetzt müssen wir da wieder hinterher rennen, ne? Scarlet! Renn ihr hinterher! Okay. Leute! Ihr gebt jetzt eine geile Show zu sehen! Und sie so... Mhm. Ja. Okay. Das interessiert mich schon. Okay. Okay. Macht alles für den Fame! Go, 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 go! Okay. Ihr habt... Ihr glaubt euch noch nie... Doch, ihr habt es schon von mehr Leuten. Aber noch nie in der Öffentlichkeit gemacht. Gut. Sprecht euch gut ab. Denn ich möchte, dass ihr jetzt Stufe 2 bekommt. Was ist er denn? B-Promi. Oh Gott. Der sieht eher aus wie ein Opfer-Promi. Yay! Das ist die Show, die ich sehen will! Und sie spielt jetzt hier. Hallo! Wir sind ja wohl viel interessanter. Oh nein! Nein! Leute, wir sind zu uninteressant für die ganzen Leute. Shit. Okay. Oh nein! Reicht es immer noch nicht? Alter! Was ist denn das hier? Okay. Ähm, auf Kommando singen üben. Komm. Wir singen einfach mal. Wir machen ihr hier mal ein bisschen Konkurrenz. Oder sie spielt und ich sing. Ja. Ja, Scarlet. Also mit dem Gesang. Valentine ist einfach so ein Mut, Leute. Sie ist einfach so. Ich nehm jetzt erstmal hier ein bisschen. Ich möchte doch den Fame. Bitte gib mir Fame. Oh nein. Niemand gibt uns Fame. Niemand gibt uns hier Fame, Leute. Scheiße. Level 2 der Singfähigkeit erreicht. Ich kann jetzt Duette. Ja, schön. Aber. Volk. Eine kleine Spinne singen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Nö, 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 nö. Kannst du jetzt... Oh, Scarlet. Bitte hör einfach auf zu leben. Das ist echt kein guter Gesang. Leute, ich will doch jetzt hier Stufe 2 erreichen. Das kann doch nicht so... Unsere Freundin hat uns so Geld. Die geben sich so hier. Nimm mal bitte. Das ist vielleicht das Beste für dich. Ähm. Okay, wir fügen einfach nochmal was zu Simstagram Story hinzu. Und so überprüfen hier soziale Medien. Sie hat sich woanders hingelegt. Sie so... Ach, die singt so schön. Da kann ich direkt einschlafen. Hm. Mann. Kann ja nicht darstellen, wie viel Prozent ich noch brauche. Leute. Ich will Stufe 2 werden. Ich will das heute wirklich noch durchziehen. So. Erstmal ein Foto machen. Für meine Follower. Ist sie Fame? Nein. Bist du Fame? Ja. Das beste Bild aller Zeiten. Ja. Das ist mir egal. Ich möchte dieses Kind klären. Versuchen vorzustellen. So. Also, ich will das Kind nicht klären. Jetzt nicht falsch vorstellen. Ich möchte, dass es mit uns befreundet ist. Hauptsache, dass wir irgendwie ein bisschen Fame von dem abgrabbeln können. Das Kind heißt Orange. Hm. Stimmt. Das war das Orangenkind. Naja. Äh. Immerhin besser als nichts. Das ist ja ein fantastisches Date, würde ich mal sagen. Aber Leute. Es ist ein tolles Date. Es ist wirklich ein tolles Date. Wie denn die Valentine schläft? Die Scarlet, die versucht ja alles für den Fame zu machen. Ja. So läuft das heutzutage. Hier sind aber auch viel zu wenige Leute. Hier müssen mehr, müssen mehr Leute am Start sein. Das Kind ist schon angespannt. Wahrscheinlich hat es wieder, hat es auch diese Handy-Marotte oder so. Und ist hier richtig fertig mit dem Leben. Wie siehst du aus? Du siehst nicht wen ist da. Ah ja, genau. Du sollst dich vorstellen und dir nicht anschreien. Ach, die macht mich fertig, die Frau. Ähm. Bitten, ein Foto zu machen? Ja. Ja. Von mir aus. Machen wir einfach mal noch schnell. Für eine Simstagram-Story. Guck mal, er sagt yes, der TikTok-Influencer. Gott, wie er post. Okay. Ähm. Ja, ich möchte trotzdem gerne Stufe 2 werden. Hier, Freunde. Also, ich führe auch gerne nochmal was auf, wenn ihr wollt, mit der Scarlet. Also. Und der. Wie heißt sie nochmal? Valentine. Mit der Scarlet und der Valentine führe ich auch gerne nochmal was auf, wenn ihr. Ja. Ich möchte echt, dass sie. Oh Gott. Du bist ja die ganze Zeit am Handy. Die. Sie macht mich fertig. Diese Frau macht mich wirklich fertig. Okay. Ähm. Und das ist auch noch die Fitnessfähigkeit, ne? Also. Valentine, wächst jetzt auf, verdammte Scheiße. So. Okay. Ähm. Ich würde gerne nochmal eine romantische Szene mit ihr aufführen. Oh. Wer ist er denn? Guck mal. Er erlebt den Piraten-Lifestyle heute. Er lebt das. Leute, kommt her. Es gibt nochmal eine geile Show zu sehen. Oder so ähnlich. Oh Gott. Ich weiß nicht. Guck mal. Sie ist sie nicht auch ein Fame-Kind? Ja. Sie ist auch ein Fame-TikTok-Kind. Sie geht so. Sie so. Ich hab keinen Bock auf die zwei Tussen da. Okay. Aber sie guckt jetzt zu oder was? Guckt er uns zu? Ich glaube nicht. Er läuft vorbei. Er so. Interessiert mich ja gar nicht, was die da machen. Ob die sich da rumknutschen oder so. Das interessiert mich null. Shit, Leute. Okay. Aber er guckt zu. Er ist so ein bisschen... Oder er ist einfach nur ein Fan von diesem Kind. Das kann auch sein. Okay. Steigen wir jetzt auf. Verbotene Wörter brüllen. Ähm. Das sollten wir vielleicht nicht tun. Was macht sie jetzt? Verbeugen. Dankeschön, meine Freunde. Dankeschön. Dankeschön für den Fame und für das Geld. Danke. Das hat uns aber immer noch nichts gebracht. Kacke. Wie lange dauert denn das, auf die Kackstufe 2 zu kommen? Okay. Ich will das Date absagen. Ich weiß. Diese Verabredung war trash. Bleib hier. Bleib hier. Meine Gute. Ja, okay. Wir gehen eh zu dir nach Hause, oder? Wir gehen... Wir gehen jetzt ein bisschen... Wie schön das aussieht. Hallo. Ich möchte weg hier. Ich möchte hier weg. So. Scarlet. Also, so kann das Ächtchen nicht weitergehen. Du musst... Für mich musst du... Kann sie... Muss sie sie mitnehmen? Nee. Okay. Sie geht auch nach Hause. Für mich musst du in der heutigen Folge das noch erreichen. Ich kann das nicht... Ich kann das nicht dulden. Das muss auf jeden Fall heute noch geschehen. Wenn sie es heute nicht schafft, dann muss sie es in der zweiten Folge schaffen. Und dann gibt es hier aber Stress. Dann gibt es hier wirklich Stress. Okay. Wir klopfen einfach mal. Die Gute ist mitgekommen. Ähm. Seemannsgarnspinnen. Ich spinn dir gleich mal was hier. Also, Entschuldigung. Kompliment über... Alter. Okay. So. Uns geht es nicht so gut. Das ist nicht so schlimm. Wir müssen aber noch unsere Fitnessfähigkeit pushen. Denn sonst wird es wahrscheinlich ein scheiß Auftritt. So. Komm rein. Ja. Später vielleicht. Äh. Ne. Eigentlich will ich doch jetzt direkt rein. Weil... Ich möchte hier auf Kommentare antworten. Und ich kann das andere leider nicht nochmal hypen, ne. Aber egal. Ich möchte auf Kommentare antworten. Vielleicht gibt mir das ja auch noch ein bisschen mehr Fame, meine Freunde. Bitte, Scarlett. Lass dir doch einfach ein bisschen mehr Fame geben. Bitte. Vielleicht brauchst du auch einfach mal nur einen neuen sexy Look. So. Einen zweiten sexy Look. Denn jetzt reicht es aber hier ein bisschen mit dem Geflirter. Also hier. Irgendwann ist auch mal Schluss. Achso. Nein. Ich dachte jetzt, sie hat die Stufe 2 erreicht. Aber nein. Sie hat bloß das hier erreicht. Okay. Wow. Thank you next. Was macht sie da? Achso. Sie danst. Okay. Ich dachte gerade. Was macht sie da? Aber okay. Hi Sophie. Was geht ab? Meine cutee. Meine cutee Gude. So, Freunde. Ich antworte jetzt einfach nochmal auf Kommentare. In der Hoffnung, dass ich hier Stufe 2 Promi werde. Bitte. Ich hab das verdient. Also die Scarlet hat das verdient. Ich hab's auch verdient. Aber die Scarlet hat's noch mehr verdient. Bitte. Lass die Scarlet leben. Gebt ihr den Fame, den sie verdient. Den sie braucht. Nein. Hat sie nicht bekommen. 125er Follower hinzugewonnen. Cool. Haha. Was soll der Kack? Okay. Okay, Leute. Es hat einfach... Es hat nicht sollen sein. Es hat tatsächlich echt nicht sollen sein. Aber. Egal. Dann können wir trotzdem... Knuddeln. Komm. Wir machen einfach nochmal hier ein bisschen was mit der Valentine. Und... Können wir eigentlich schon ins Bett mit ihr springen? Sich in die Koje hauen? Okay. Nein. Können wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Ich kann mich ja halt in die Koje hauen. Aber ich wollte mich eigentlich... Was? Was soll denn das jetzt, Valentine? Oh Gott. Oh nein. Nein. Oh nein. Oh nein. Das kann doch nie was werden, oder? Beschämt. Ich kann direkt... Hä? Was geht denn hier jetzt ab? Also warum bieft sie uns jetzt an? Ähm. Ach du Scheiße, Leute. Das kann doch echt... Okay, ciao. Das kann doch wirklich nichts werden hier zwischen uns, oder? Shit. Was ist, wenn das nichts wird? Oh nein. Hallo? Mach die Tür zu. Tür zu. Ich... Das war ja scheiße. Oh nein. Die arme Scarlet. Oh Gott. Wenn das nichts wird mit der Valentine, ne? Okay. Dann können wir jetzt eigentlich erstmal hier uns noch an den PC chillen. Und nochmal einen peinlichen Vlog aufnehmen, weil... Ich hab gehört, das kommt gut an. Und, ähm... Es ist natürlich... Mh... Shit. Vom Crush abgeblitzt, Leute. Vom Crush abgeblitzt. Warum macht sie uns erst Hoffnungen? Und sagt dann so... Mh... Bah... Oh Gott, da kommt sie rein. Sie so im Hintergrund. Hallo! Ich bin der Crush, der sie abblitzen lassen hat. Okay, jetzt labert die uns hier noch voll. Oh Gott, das soll schneien, Leute. Die nächsten Tage. Okay, das find ich jetzt nicht so toll. Oh Mann. Scarlet, du tust mir echt leid. Vor allem tut sie mir voll leid, weil sie hier so richtig am Arsch ist eigentlich. Und sie muss noch was essen. Sie muss noch die Fitnessfähigkeit für morgen üben. Ach du Scheiße, ob sie das schafft. Ich hab keine Ahnung. Jetzt ist sie angespannt. Kann sie jetzt einen angespannten Vlog nehmen? Okay, nein. Nein, sie nimmt auf jeden Fall noch ihren peinlichen Vlog auf. Ach, Scarlet. Okay, wir spulen einfach mal vor. Und hoffen, dass das so schnell wie möglich vorbei ist. Denn es tut mir so leid für sie. Es tut mir wirklich leid. Und das werde ich nicht bearbeiten. Ich werde das einfach so hochladen. Oh Gott, wir fallen was in Ohnmacht jetzt im Video. Scarlet, bitte beeil dich. Du musst nach Hause. Oh Gott, das wird sie nicht schaffen. Sie wird einfach hier davor sterben. Sie wird, glaube ich, echt davor einschlafen. Und sterben jetzt nicht. Aber schon so ein bisschen. So, okay. Dankeschön. Können wir jetzt ganz schnell den Videobestand... Wo ist denn das? Hallo, wo ist unser Video? Scarlet? Hä? Haben wir das jetzt umsonst aufgenommen? Es ist nämlich nicht da. Wo ist es? Oh nein. Unser Video ist nicht da. Wir haben das gerade echt umsonst aufgenommen, weil sie zwischendurch ihre Fähigkeiten verloren hat. Oder was? Alter, das ist doch jetzt nicht der Ernst, oder? Das ist doch jetzt... Das ist doch jetzt nicht der Ernst. Es ist doch jetzt... Ey, Leute. Ohne Scheiß. Heute ist ja alles schiefgegangen. Ich wollte Stufe 2 werden. Wir sind es nicht geworden. Wow. Wer hätte das gedacht? Wir sind einfach trash. Ähm. Ich wollte mit der Valentine ein schönes Date haben. Sie hat abgeblockt. Okay. Ich wollte ein neues Video hochladen. Es hat nicht geklappt. Das war der traurigste Tag in meinem ganzen Leben, Scarlet. Oh nein. Scarlet. Oh man. Ich hoffe, die Folge... Wenn ihr Bock drauf habt, auf die zweite Folge... Ich hoffe, dass die dann besser wird für die Scarlet. Dass sie erfolgreicher wird. Dass sie da vielleicht Stufe 2 erreicht. Scheiß auf die Liebe jetzt erstmal, Scarlet. Denn... Kümmer dich mal um dein Fame sein. Denn das ist das Wichtigste hier im Leben. Oh mein Gott, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Bock auf die zweite Folge habt. Dann hören wir uns 16 Uhr wieder. Und ja. Ich verabschiede mich jetzt mal von diesem Video. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao.